Ciao Bellas, wenn ihr dieses Video bekommen habt, dann gehört ihr zu den vier Muskeltieren. Und habt vor langer Zeit einen Bluteid gesporen. Jolo, man heiratet nur einmal. Ich freue mich. Ihr müsst euch um nichts gewöhnen, ist alles organisiert. Sag mal, Roadtrip. Roadtrip. Schön, dass ihr da seid. Das mit der Hochzeit war ein bisschen geflungert. Ich brauche eure Hilfe. Bitte, bitte bringt mich nach Julia Lammel hinzu. Ans Wasser. Ich kutsche hier doch keine Leiche in der Gegend rum. Wir müssen das machen. Wie lange bräuchte man denn bis zu diesem Julia? 20 Tage. Wie bitte? Ah ne, ich hatte noch auf Fußgänger gestellt. In der letzten gemeinsamen Reise. Wie früher. Warum hat's ja eigentlich gerade uns hier für ausgewählt. Kommst du dir manchmal auch so vor, als wären wir noch 16? Halt nur mit mehr Freien und Serien ist auch ein Problem. Weißt du eigentlich, wie sich das anfühlt hier? Dabei ist halbes Leid auch geteiltes Leid. Das hat uns früher doch so stark gemacht. Was ist nur mit uns passiert? Was halt passiert. Am Anfang sucht man die Dinge, die einen verbinden. Und am Ende sieht man nur noch die Unterschiede. Ich werd gern noch mal ziehen. Oh ja. Alles nochmal auf Anfang. Dann soll ich immer noch mal jetzt auch hier werden. Vielleicht ist sie das ja. Und stoßt auf mich an. Und dann kann ich von da überall hin. Und mir alles angucken. Hört sich das? Heißt nix. Sollen wir kurz allein lassen? Können wir uns ein bisschen Entspannung vertragen. Ha 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 ha.